Ganz schön ambitioniert! Hast du uns in der Falle gelockt?! Okay, da sind wir erst dabei, ja Vorsicht, aha, freut, was blöd. So, jetzt, ach, zwei, 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 eins, 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 eins Und wir machen Feuer! So, die nächste Phase geht an, Leute! So! das ist das was wir in einem schönen Werftor erwartet auch müssen sagt er schließt euch mit das tut weh ich zähle auf dich Oh Immobilisierung einige Gegner führen über Angriffen die nicht geblockt werden können und ihre Ziele bewegungsunfähig machen wenn du immobilisiert wurdest solltest du zu einem anderen Mitglied der Gruppe wechseln wenn du weiterhin angreifen möchtest also Wollen wir mal bescheiden Wachpunkt machen Oh weia totes Krampenfest 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 mit raus wenn du schaden erleidt ist oder gegner schott lädt sich der limit verkauft von damit leiste wechselst du ein limit raus und kannst über das verbrauchen keine einheiten schluss jetzt freudschlag das war's dann Warte, gleich, wir machen erst noch Feuer. So, du gehst Heilung, bitteschön. Jetzt erst recht. So, jetzt müssen wir gucken, ob wir das jetzt machen, weil er ist jetzt noch wieder... Ja, warte, komm. Ja, warte, komm. Ja, warte, komm. Ja, warte, komm. So, finale Phase leidendet. Der greift mit seinem Laser ab. Lass uns nicht in den Ab. Geht das auch ein bisschen kompeter? Ich gehe hinter irgendwas in Deckung. Er darf uns auf keinen Fall frontal treffen. Wie kann das sein? Denk nicht, dass ich dir hoch werde. Jetzt oder nie, das ist unter der Schauschmacht. Deine Schaffe, Kastik. Er schädigt. Lass mich mal. Hier. Ich bin fast. Ich weiß nicht. Ich bin fast. Oh nein. Ich habe jetzt das mit dem Ab. Ich bin fast. Ich bin fast. es ist Das ist eine Einladung und ich nehm sie ab. Übernimm mal. Ich übernehme es. Ich bin bereit. Verschwende. Wurde schon angedeutet. Hör auf mich zu finden. Dies hängt er an. Heck. Ich brauche eine Heidung. Feuer. Jetzt gebe ich alles. Wer will welche letzten Worte? Wir haben ihn gleich. Lange halte ich das nicht mehr. Oh oh. Ah, das ist eine finale Phase. Hey, ich gebe dir ein bisschen was. Er repariert sich. Schnell. Wir müssen ihn vorher ausschalten. Ha! Das brauchst du mir nicht zweimal zu sagen. Ja, wenn er am Boden liegt, kriegt er saures. Haha, kann es kaum erwarten. Ich denke, es geht jetzt hier ganz zu fliehen. Ich denke, es geht jetzt hier ganz zu fliehen. Ich bin ein Bastard. Los, es gibt alles. Wir müssen das halt nicht durchsprechen. Nur darauf kommt es an. Ja! Du hast ihn dich nicht entfernt. Ich denke, es geht jetzt zu fliehen. Jetzt ist es. Ja! Ich denke, es geht in. Ja! Das war's. Nur ein paar Kratzer. Halt sie! Komm, Bischof! Geht doch! Dieser Skorpion hat echten Orben verdient! Los! Raus hier! Wedge hat den Fluchtweg gesichert! Raus hier! Was brauchst du nicht immer sagen, Claude? Auf alle heilen! Da haben wir nämlich einen Kampf von richtig Fischana-Lücken. Hab's schon nix kennenverwendet. Naja. Und eben halt der normale Schwierigkeitsgrad. Und jetzt müssen wir hier raus. So, und hier sind noch ein paar Kisten. Wir haben insgesamt 20 Minuten Zeit, um hier rauszukommen. Und wenn wir das nicht schaffen, sind wir game over. Ach das noch! Und dann können wir hier raus. Und dann können wir unsere Feinde, dass wir hier ausbrechen. Ja, warte! Ja, warte! Ja, hier! Feuer! Boom! Weg mit dir! Na dann! So! Ach, ho, 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 ho! Und jetzt raus! Der Reaktor fängt an zu trennen! Oh, oh, Jessie! Hier komm, Jessie! Bist du okay? Ja, ich... 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 ... Der Weg hier sollte uns direkt zu Barrett gehen. Hier geht es voraus kann, verall dich. Ja, ich gucke, gucke. Erstmal Loot sammeln. Loot ist wichtig. Oh, ups. Oh, nur auf jeden Fall mit rein. Worauf wartest du denn, Cloud? Mach hin! Naja, Loot ist, ähm, Blut ist gut. Also, Blut sammeln ist gut. 18 Minuten, aber erfahrten wir vorhin. Spar dir den Atem und konzentrier dich aufs Klettern. Ja, aber, wenn ich nicht rede, werd ich so nervös. Mach doch, was du willst. Die Tür ist jetzt wichtiger. Aber... Mach dir um mich keine Sorge. Habt ihr Soldat-Gelekschutz? Thanks, Soldat. Da sind sie! Wir sollten uns etwas beeilen. Jo, beeilen ist das Stichwort. 17 Minuten haben wir noch. Ach, hier ist ein Hausschletter. In der Dörfelsen haben wir ja Barrett. Wir haben ja immer noch den guten Freund Barrett. So, können wir einfach Fertigkeit machen. Das ist ein Hausschletter. 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 Ja, beginnt gleich zu explodieren. Ah, Feinde. Das ist ein Hausschletter. Ja, klar. Gut, das ist ein Hausschletter. Ja. Oh, der hat sie in Stufe 8 gelernt. Das wird schon irgendwie klar. Wir sind wieder. Wir sind wieder. Wir sind wieder. Nee, dann. Was ist das? Du bist ein Bastard! Das muss ich! So. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Ich hab jetzt keine Phoenix-Spieler mehr. Oh! Oh, okay. Sir. Jetzt mach schon, mach schon, mach schon! Jetzt mach schon, mach schon! Und ab! Oh, Leute, ich glaub das war's auch mal mit dem Part. Wir hatten jetzt einen richtig harten Wurst gehabt. Und das in dem ersten Kapitel. Ja, beim nächsten Part geht's dann wieder etwas ruhiger zu. Dann würde ich jetzt sagen, ich spreche jetzt mal. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Kapitel wieder. Und dann werden wir einen bekannten Charakter sehen. Wer das ist, seht ihr im nächsten Part. Also dann, macht's gut und ciao!